Ja? Ja? Sie laufen durch die Straßen mit ihren gelben Westen. Sie wollen etwas Gutes tun fürs DERK. Sie klingen an den Häusern. Sie geben ihre Bestes für die Menschen, die verlassen. Gehen sie fürs DERK, für die roten Nasen. Komm mit. Und vielleicht hast du noch ne Mark. Moment, wir sind ja schon weiter, ne? Wir sind ja schon im Euro-Land. Das ist ja jedem bekannt. Komm mit. Vielleicht spielst du sogar im Krankenhaus. Für all die, die verlassen. Werd selber ne rote Nase. Oder sammle für die roten Nasen. So ungefähr. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal.